hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge minecraft live in the woods mit dieser wunderbar lieblichen dame dort drüben wo ist die schlampe ja ja da sind wir wieder und nach der ich machen hat wieder an nach der ersten allgemeinen verwirrungs folge haben wir uns gesagt wir starten jetzt mal voll durch ich habe hunger jetzt in game oder ja außerhalb auch aber das ist ja so nein nein ich habe alle erdbeeren gegessen aber ich habe erdbeerbüsche noch das geht okay das passiert mir auch irgendwie das wahrscheinlich weil der server ein bisschen die server delay genau zack ich habe mir jetzt mal ein bisschen holz gemacht tatsächlich und bau mir mal ich baue uns mal eine werkbank ok wir haben so viel geramsch in den taschen die eigentlich gut sind aber wir brauchen es nicht das schmeiße ich mal weg alles was man nicht essen kann schmeiße ich weg das kann weg bambus bleibt kettel brauchen wird das kann weg sogar dings brauchen wir scheiß blümchen stinkhorn kommt weg lalala lalala so ein mister zweig der bleibt noch so lange platz hat bleibt er noch so naja genau eine werkbank wollte ich machen hier da steht sie da ist eine ein b h h h h was ist eine beehive ah das ist eine bienkönigin ich habe eine bienkönigin ich meine ist gerade auch ein bisschen was aus dem inventar raus ok wenn ich dir zu viel quatsch und du eigentlich auch was erzählen willst dann bremse mich ruhig nein 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 alles super ganz gut ich baue mir jetzt erstmal eine axt und danach baue ich mir eine spitzhacke einfach damit ich schon mal die grundausstattung habe so erfolg glück auf time to mine so hier ist eine ach das ist ein stick ich habe mich schon gefragt was ist das so also hier steht ein werkbank falls du sie benutzen möchtest so jetzt brauche ich erstmal holz zeug gebt mir holz stimmt ich kann auch mal ein bisschen holz weiter sammeln hier klipp getting wood so dreimal auf holz geklopft ist der deutsche erfolg dafür na von mir aus so natürlich jetzt auch geil dass ich zwei verschiedene holzarten sammeln egal wir wüsten erstmal so ein bisschen hier durch den ganzen schild so durch und dann können wir nachher weiter ziehen bis wir eine stelle gefunden haben an der wir bleiben möchten genau oder da hinten der himmel schon wieder mit der blume also dem wasser und dem geblühen voll schön das stimmt aber ja ich stimme dir zu und ich bin hungry das weiß ich doch so erstmal ein bisschen holz machen hier zack so ich habe gerade ein bisschen was gegessen anfang der folge okay hat er nicht gemacht doch doch so da liegt mein ganzer müll da wäre ich jetzt fast hingelaufen voll in die scheiße getreten so an euren zahlreichen kommentaren haben wir gesehen es gefällt euch sehr sehr gut und habt gesagt wir sollen einfach das tun was wir sollen und das finde ich echt nett von euch nein natürlich nicht wir nehmen das ja im stück auf gerade ach ja ich bin sowieso mal gespannt wie die ganze aufteilung später sein wird ob es bekloppte gibt die sich den scheiß zweimal reinziehen was ich fast nicht glaube und wer sich das halt dann wo anguckt aber ich glaube fast dass solche menschen wie loom und sich das tatsächlich zweimal ansehen ich habe keine ahnung ich bin gerade am checken wie man noch mal ich muss bretter machen wenn ich frag mich oder benutze die suchfunktion geht beides ich helfe dir aber auch gerne wenn du fragen hast ouch immer noch ein bisschen verschnupft und weil ich mir natürlich ist schlauerweise vor der aufnahme schön hier liegen schnitzel free schnitzel also hier lagen wirklich einfach schnitzel rum kannst es dir später in der folge ansehen schnitzel natürlich hier lagen wirklich einfach schnitzel rum was ist mit dir hast du noch volle gesundheit ja das schwein dem schwein geht es gut was wo kommt der schnitzel her ist es mir echt ist das ein garten nein oder doch groundgarten ah so macht man es oh man gravil braucht kein mensch radieschen braucht kein mensch kartoffel kartoffel kürbis braucht auch kein mensch und karotte wir sollten gleich mal inventare abgleichen so wie du sagtest dass man doppelte sachen schlichten kann oder schichten ne schlichten ist ja was anderes blöde frage hörst du mich gerade ja ah sehr gut ich war mir nicht sicher ob ich den sound an oder aus hatte naja denn naja denn also alles was auf dem boden rumliegt und garden heißt kann man prinzipiell mitnehmen voll doof dass ich zwei verschiedene holzsorten habe das müllt mir ich mache aus den oakwoods einfach mal sticks so habe ich wieder einen platz mehr aber die schnitzel lagen echt einfach nur rum wirklich die leute können es dir ja später sagen so apropos schnitzel ich gucke mal obwohl das können wir gleich machen wenn wir ein bisschen weit jetzt herumlaufen dass ich mir ein paar steinchen klöppel mit meiner spitzhacke und dort mir einen ofen baue wie viel cat- äh cat tails braucht man eigentlich für wolle wohl da okay neun also könnte ich eins schon mal machen wie viele wolle habe ich? zwei dann könnten wir ein Bett bauen schon mal okay die wäre natürlich gerade für dich also erstmal uninteressant für uns aber dann habe ich Inventar platzmäßig ein bisschen was gespart ich habe auch noch zwei wolle eine schwarze und weiße na das funktioniert ja super nicht wieso geht das nicht? was mache ich falsch? ich habe auch noch eine schwarze und eine weiße Wolle falls dir das hilft Wolle cat tail sie sechs zwei sieben sieben sechs zwei sieben sieben ne das wollte ich nicht und ich habe cat tails eins vier sind die nutzlos na toll okay wollen wir weiter? okay gib mir die Werkbahn die scheiß brauche ich nicht so dann lass uns wir haben ja gesagt wir wollen in diese Richtung da weiter hinziehen hm war ja glaube ich die Richtung Tintenfischer Taddeus 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 ich bin Taddeus warum ist kein Hintergrundmusikern? wir gucken dass wir vielleicht bis zur nächsten Aufnahme das Ganze mit der Musik schon geregelt bekommen wir haben da auch schon eine Idee Ground Garden und haben wir eine Idee? ja wir würden das mit der Musik einbauen und so schon dachte ich dann habe ich dich schon wieder vergessen gut lol hier hast du schon mal schwarze Wolle tatsächlich und hier liegt ich habe Graue blöderweise hmm 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 Rhabarber Ground Garden ja lol warte mal den muss ich jetzt hinsetzen und abbauen turnips yay turnip wuhu yay turnip hype dit 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 aus Taddeus Valley voll geil hier ist ein Rosenbusch da ach so die Dame hat sich gerade gemutet ja ich habe keinen Platz mehr ja ich muss so husten ne schlimm Stalk Garden warum mache ich alles auf wenn ich es eh nicht essen kann äh mitnehmen wie auch immer meine Nase läuft ich muss mir gleich mal das Näschen putzen dafür bist du ja da ich muss essen Wintercouris Biene Cutten ich weiß nicht wofür wir Cotton brauchen Cabbage Sweet ah wir haben Süßkartoffeln und wir haben normale Kartoffeln voll geil Artischocke wer braucht ne scheiß Artischocke gib mir lieber das blaue hier eine Eggplant hast du noch mehr zu essen? ja erzähl doch mal ich mach mir mal schnell mein Näschen frisch was? ich muss husten ich kann gar nicht erzählen ok er putzt sich Nase das heißt ich muss mein komplettes Essen jetzt hier grad mal wegschaufeln damit ich nicht verrecke was hab ich denn noch mit? Salat köstlich so wir wollten auch gleich mal gucken wer was hat an Sachen am besten wir stellen uns gleich mal gegenüber und ich schmeiß dir einfach alles was ich an Essen hab an den Kopf wie in der Küche ja genau mit Erdbeeren ist das noch ganz lustig mit Bierflaschen nicht mehr so so was haben wir denn? ach das ist ein Pilz ok was denn? ich fand die Vorstellung nur grad schön mach mir das hier clear hier ist ganz viele Rosenbüsche so oh lol oh lol komm mal her komm mal her komm mal her ich weiß nicht mal wohin oh ein Schweinchen hoch durch die Rosenbüsche hier warte bleib mal stehen wo du bist da hier hallo so was? was? du warst grad wieder auf Dubstep Modus achso guck mal da wie geil das aussieht ich bin runtergefallen warte 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 ja das hab ich erst von hinten schon oh Gott ich bin schon wieder runtergefallen oh Gott ich bin hinten schon gesehen Ground Garden mega viel sogar und ich kann die Hefte nicht mitnehmen ist das Erdnuss du hast eine Erdnuss aufgesammelt äh nein nein das ist auch wie eine Erdnuss ja hab ich auch na siehst du Parsnip Parsnip das war die Sachen aus Stadio Valley Stimmen Parsnips willst du die Erdnuss haben? oh nein nein Connection Lost Server Closed naja Freunde ich würde sagen nach einem kleinen Schnitt sind wir dann gleich wieder da bis gleich bis gleich 2000 Jahre später so hallo da sind wir wieder ähm nach dem kleinen äh Cut ist einfach der Server mal abgedackelt kann passieren natürlich ähm ich würde sagen ich schmeiß mir erstmal was zu essen rein ich werfe jetzt immer eins von dem Essen nach vorne weg warte mal wo liegt hier noch nichts da so ess dann den Rest auf und dann kann ich das einzelne wieder einsammeln dann brauche ich keine Angst haben dass ich alles wegfutter und ich wollte mal ausprobieren wenn ich hier so einen Busch pflanze naja der muss wahrscheinlich erst wachsen ne ja ok aber wir haben Erdbeerbüsche das war schon mal was da liegt noch was rum hier vorn ja ich weiß aber ich hab Taschen voll mit Pardesnip und Tournip und Okra und Peace und Blackberry und alle Cabbage ok so wo gehen wir hin gehen wir da zu dem Loch mal hin oder wo wollen wir hin hm ich hab köstlichen Rosenkuchen die Frage ja wie weit wir noch reisen eigentlich können wir noch ne bis wir den Platz gefunden haben den wir haben wollen meinst du genau oder wollen wir das jetzt weil es in Nacht ist das mit der Nahrungsabgleichung mal machen mir ist egal das hast du nicht das hast du auch nicht nimm ne Zwiebel hat sie auch nicht ok äh Karotten hast du aber ne ne die hab ich aufgefuttert ok ähm ich hab aber grau weiße und schwarze Wolle herzlichen Glückwunsch ich lese einfach mal vor was ich hab und du sagst was du hast oder nicht ob du es hast oder nicht so oh Gott mhm Grape also Trauben ja oh lol stimmt ja hm da ich nicht mal weiß wie die aussehen ich habe das Gefühl das geht nicht gut aus was wir grad hier versuchen ich schmeiß dir einfach jetzt mal alles vor die Füße was ich hab wie im echt leben so wo ist dein Geld raus damit ich mach doch schon und gib mir deine Stullen du hast was aufgesammelt du hast was aufgesammelt wow wie viel kommt denn da noch noch was so ich mag das unten abknüppst krieg ich einen Busch wenn ich den unten hinstellen das ist nur okay ich glaube nicht dass man die züchten kann so ja ich sammle nur deine Büsche auf hier okay so also echt voll schön hier hm als Maulschwein boah ist das mit einem Wasserfall ja nein das ist schön da könnte man rein theoretisch hoch hm ohne zu sterben hoff ich bitte ja jetzt bin ich zwar hier oben aber ich war es nicht vorhin mit mir komm das Wasser hier hat das kommt von drin das kommt mitten aus dem Berg einfach nur raus mega random hier ist wieder Sugarcane die können wir auch mal mitnehmen die hab ich okay zack zack so eigentlich kannst du hm wo bist du hm 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 ah da ist Schnee im Sommer eigentlich kannst du mal vorlaufen ich jup und ich folge dir hm ob das ein Fehler war natürlich nicht bist du bekannt für deine Intuition und deine Wegfindung ja genau das ist voll schön da hinten ist wieder ein Dörfchen ja Hausraum auf geht's da können wir vielleicht auch nächtigen hm beziehungsweise naja du hast ja du hast drei Wollen ne hm dann bau dir doch mal aus diesen drei Wollen und Holz ein Bett dann hast du Platz gespart hm hier hat doch bestimmt irgendjemand ne Bergbank im Haus ne ich hab eine auf Tasche ne doch gut hier ist wieder Weizen yeah und Kartoffeln Kartoffeln ich hab aber Kartoffeln in der Tasche tatsächlich hier kannst du noch mehr holen wie bei den Indianern diese Hängepflanzen voll cool hier sind noch mal Ground Gardens ich hab das Gefühl der Server hat leichten Delay also falls wir gleich wieder abnippeln äh so hm hm kann man ah man kann Kartoffeln nur bis zu drei Stecken dann kann ich die essen äh bis zu 16 mein ich so na dann stell doch mal deine Bank auf meine Bank hast du nicht grad gesagt du hast ne Werkbank in der Tasche ah ja klar ja diese Haken sind voll geil die sollte man eigentlich mitnehmen hoch ich hab ihn mitgenommen aber es ist eigentlich blöd sich jetzt damit das Inventar vollzumüllen weil wir es halt erst später brauchen ne Bücherei wie die Strohbetten ne Bücherei und ne Werkbank ist hier drin geiler Scheiß ah soll ich die Bücher mal mitnehmen also die Bücherei gedöhnts hier okay äh guck mal weg ja la 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 ich lass dir ein paar Bücher da versprochen voll gemein wir kommen hier in den Dorf rauben die komplett aus und ziehen einfach weiter du meinst du raubst sie aus mhm ich hab noch eine Wolle übrig falls du brauchst ich lass ihm die Werkbank da wir haben ja eine das sollte ja fürs erste reichen äh weiß ich nicht eigentlich bräuchten wir ja dann drei Wolle ne hast du Werkbank mit? ja okay okay hier gibt's aber auch keine Schmiede das ist ein mega der abgefahrene Baum ja den hab ich auch grad gesehen Baumhaus also Freunde falls ich noch ein wenig nasal klingen sollte ich bin immer noch krank und mir läuft die Nase gerade schon wieder so hart komm mal her wo bist du? hier unter dem fetten Baum was? oak quarterlock okay extra ich nenne es XL okay das ist halt so ein mega Baum aus so einer Mod reden wir vom Semba ja dort bist du Moment Moment so guck mal in die gleiche Richtung wie ich gucke na komm erst mal mit oh lol siehst du die Dinger da hinten? jo die sind doch auch voll krass aber ich den hier glaube ich schöner finde für? weiß nicht okay das erste was ich im Kopf hatte war Baumhaus und das Pferde ja können wir machen aber Pferdchen ja erstmal den Ort finden oder? warte mal warte mal wo willst du? hier da bleiben wir stehen ja ich glaube das gehört dir das Gras ja nee doch 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 ich hab's aufgenommen sehr gut okay ich hab dir auch immer so noch random Müll zugeschmissen äh danke kein Ding aww immer wieder gerne boah sieht das geil aus voll schön wenn Minecraft 1 hat dann schöne Gegenden und Pferde Pferdchen Pferdchen guck mal her äh die kann man erst mit Sattel und so tamen ne achso ja ich sitz aber schon drauf aber ich glaub die kannst du so nicht steuern war das nicht so ne hoch sehr gut hoch entschuldigung mein Fehler mein Fehler ganz ruhig brauner ja alter es nähert sich in Trippelschritten hau ab alter sonst gibt's nachher Pferdestake blüster blüster ist dich ang kenn ich ja von dir was ja schon boah geh nicht ins Licht aber ich will ins Licht das ist so schön die sind auch schön die Pferde hier sind weiße Pferde oh und hier sind wieder Garden oder war hier nicht da zack ich muss ein bisschen lauter reden zwischendurch oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ich weiß nicht ich find's gut ist das ein Babypferd ich werd verrückt der Server hat bei mir mega harten Delay voll krass so Barlay und hier liegt noch was was du wahrscheinlich auch haben kannst Korn und Bambu Schut hab's dir da hingelegt boah bei mir hängt's aber krass hm dauert auch ne Weile bis ich das aufnehme hier ok dann sollten wir vielleicht äh Folgenpäuschen machen Aufnahmepause den ganzen Scheiß erstmal Pferde schnippeln und dann in der nächsten Aufnahme vielleicht auch mit eigener Musik schon dann neu frisch starten vielleicht hat ihr auch gerade Nitrado Probleme oder so das kann sein ja Hauptsache du hast ja schon ein Schwert gebastelt nein hab ich gar nicht das ist meine Schaufel na klar ja das musst du verwechselt haben na klar wie gesagt meine Audiospur ist mega leise egal so mal kurz hoch diese komischen Muschis die hier rumstehen einfach mal beobachten was hier stehen so komische Sachen rum die aussehen wie weibliche Alien Sachen Voodoo Lily okay da so sag ich nichts haben wir hier Fur Quarter Lock hier ist voll schön mit dem Wasserfall und der Fluss der hier so sich entlang streckt voll geil hier ist schön wo bist du ich versuche hier gerade hoch zu schwimmen naja kannst auch hier außen rum hat der Server bei dir von der Karte auch her so ein Delay beim Aufbauen der Map ja okay hoch na komm na los na so hallo hier sind Schafe oh nein sie ertrinken komm wir helfen ihnen ich wollte ihn zur küste schubsen na klar jetzt habe ich eine wolle ich habe nein das ist meine axt eine weiße habe ich habe die andere wahrscheinlich nicht aufgenommen oder es hat keine wolle gedroppt kann das sein ich hab dir wurde gerade hingeschmissen und solltest du drei haben ich hab dir gerade eine weiße hingeschmissen egal ist noch jemand dem ich vom ertrinken retten muss ich bin schon auf die ganzen bösen kommentare gespannt ich finde die gegend hier voll schön aber wenn das immer so hart am ruckeln ist ja ich glaube aber das allgemein glaube ich der server gerade echt probleme da können wir einfach bei der nächsten aufnahme noch mal gucken ob es immer noch so hart am ruckeln ist oder schöner wird ich hab die wolle für dich weil ich schmeiße die hin und jetzt hast es eingesammelt ja was haben wir da hinten noch soll ich dir ein bett geben gerne gibts mir lobsterclays ok wo bist du da komm wieder zu dir hüpft und das hattest du auch danke jetzt können beide sogar schlafen wenn wir das möchten ich muss mir selber bloß noch mal schnell eins bauen und 123 ach ja ich glaube das wird gut klar so und wenn wir uns dann irgendwann mal nach unserer großen reise etwas häuslich eingerichtet haben oder während der reise kann man ja auch schon irgendwelche themen habt über die ihr gerne gequatscht quatschen wollt oder über die ihr wollt dass wir mal drüber quatschen oder wie auch immer dürft ihr auch gerne denkanstöße liefern also ich bin da durchaus für alles offen oder wir denke ich mal ja das gerade mein kraft bietet sich ja da auch der durchaus an tatsächlich kann man leider nicht hochklettern so lass uns mal hübsches plätzchen finden zum verabschieden ich werde abgetrieben nicht abtreiben wir schaffen das schon irgendwie so mega die behinderten scharfe weil die so nach außen schielen okay du hast gesagt ich würde auch schielen habe ich gar nicht also ja dein charakter schielt fuchs sie doch mal an da hatte nicht schreiben da nein wunderhübsches gesicht mhm wirklich oh deshalb warten die leite ich habe ja manchmal was abgebaut und das steht einfach eine sekunde später wieder da ja ja wir sollten es ruckelt auch leicht bei mir gerade ja ich würde bei mir sogar sagen leicht stark gut dann ignorieren wir mal das fliegende schaf da hinten am horizont das haben wir hier die cattels sind das auch wieder die richtigen oder die falschen das sind die falschen ok dass die kacke wieder 50 mods drin hast und dann genau das eine für das eine brauchst palm lily auch kein mensch so naja freund ich würde sagen wir stellen uns einfach hierhin bei den sugar canes bei dem baum hier wo ist sie da ich lasse mich gar nicht leicht ablenken parrott spray big naja kanadischer hornklee ja honigsburg wo bist du da naja freunde jetzt musst du verabschieden ich habe anmoderiert du musst abmoderieren so ich bleibe immer mal hier so stehen und wie ich dich aus dem augenwinkel noch so leicht drüber gucken sehe sehr interessant ja was soll ich sagen ich würde mich bedanken fürs zuschauen bin gespannt auf die kommentare die wir dann irgendwann mal lesen werden nachdem wir ein paar folgen im voraus aufgenommen haben und freue mich auf die nächste aufnahme lauf doch nicht aus dem bild hast du mich gerade gehauen nein ich habe dir einen kleinen klatsch auf den hintern gegeben ja naja was sein muss muss sein mach doch mal weiter ich will mal kurz mal gucken der ist schon so wenig bedeckt für alle die meinen skin noch nicht gesehen haben muss ich mal kurz einblenden ich habe nämlich also die falsche skin auswahl getroffen wie man sieht der ist ja ein bisschen schmaler so und tada aber ihr könnt ja eigentlich auch bei dom gucken fällt mir gerade ein also guck mal besser nicht oh lol hier seht ihr meinen schlechten skin den ich gemacht habe den ich hier trage dann ist es tatsächlich selbst gemacht deswegen sieht er auch so schlecht aus quatsch für alle die die es nicht kennen so fertig schön wenn ich so mache dann stehst du genau da vor so dass man die front ansieht von mir nicht sieht muahaha okay naja wir verhungern ich würde sagen ach tun wir das mach ich verabschiede ja ja ein bisschen vielen dank fürs zuschauen und bis zur nächsten episode tschüss 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 tschüss